willkommen zu dem video jungs versus mädchen okay lasst das video beginnen zeichnen schau mal was ich gemalt habe oha coole zeichnung sehr schöne zeichnung das sage ich dir so was ich gezeichnet habe oha schäme dich ja bitte ist voll hässlich drei zeit zocken und schlafen sieben stunden malen 80 tage bücher lesen trainieren um Zeitgewicht inzutragen. Ach, der heilige Sch***. Ach, der heilige Sch***. Okay, Zeit Sport zu ihm. Ich bin der Stärkste. In der Welt. Wenn es langweilig ist. Okay, warte. Der Ersteller von diesem Kanal weiß nicht, was ein Mädchen in ihrer Freizeit tun. Also, wie sollte der das bitte machen? Musik hören. Danke, 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 dass du das Video angeschaut hast. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Musik. Musik.